ja lasst mich die ruhe so klappt ich muss ja nicht runter oder ist er runter oder design ist ja doch da war ich doch gar nicht natürlich klar läch dich niemals mit texas an kann wieder zurück ich will auch glück ich muss wieder abstürzen wo komme ich denn da lang wo muss ich denn da hin ich weiß auch gar nicht mal wo ich da ran muss weil da unten war ein schalter warte mal das wird bestimmt seinen sinn haben warum der da unten ist wissen wir das stimmt doch sein lehrer das hat doch zu näheren sinn warum das ding da unten ist so ich komme ich da nicht dran so so ist auch ein weiteres ding okay aber zu dem fanden wir nur das Hey, sind wir jetzt der Leser? Ah! Letzter Leser! Bam, Junge! Endlich! So, alles klar! Ja! Geh mir nicht auf, mal auf! Äh, ja. So. Okay, warte mal. Wo waren jetzt irgendwie... Le... 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 Ich hab jetzt eigentlich nur gedacht, dass ich... Ja, schön, aber... Okay, gut zu wissen. Geh runter! Geh, um zu fassen, dass ich Spongebob' Unterhose trage! So, jetzt muss ich überlegen, wir gehen mal weiter, das ganze Ding. Müssen wir jetzt da rüber? Wo müssen wir denn da lang? Wo ist denn der Weg jetzt noch? In die Richtung? Doch da hinten lang, ne? Ja, doch, klar, natürlich. Ja, du bist doch nicht der Ernsthafte, jetzt rüber. Das ist kein Ohnein. Das ist absolut falsch. Nein, 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 das ist nicht so richtig. Wo ist denn denn? Wo ist denn? Ich habe jetzt nicht vergessen, wo der Weg langgegangen ist. Hier vorne oder? Ne, da waren wir auch schon. Warte mal. Da runter. Da hinten ist ja der Funminder. Also vermute ich, dass wir da irgendwo noch was machen müssen. Ich habe... Oh Gott, hör mal. Nein! Mann! Ach Mann, rutsch doch da nicht runter! Doch, da muss ich noch! Ja, ja, jetzt ist gut. Wo ist der Schuss? Wo ist der Funminder? Wo ist der Funminder hin? Ich muss mich doch was orientieren, da oben. Ja, ich liebe es, wenn dir solche Dinger da... wenn dir da solche Scheiße da... äh... passiert. So, den wollte ich mehr haben! Den wollte ich haben! So, jetzt muss ich gerade gucken. Der hat jetzt ja den Weg aufgemacht. Ich muss da rüber, oder? Ich muss da rüber. Oh Gott. Da komme ich doch her, da war ich doch. Alter, ich bin Exe dran. Also muss es da irgendwo schon was sein. Ich versuche es einfach, wie gesagt. Das hat doch bestimmt irgend so einen näheren Sinn. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Ouch! Ouch! Ja, ich habe noch nichts getan jetzt. Ja, hier reißt du das ja jetzt wieder voll aus, weil ich muss jetzt wieder sterben. Tschüssi! Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich glaube, das würde ich mir spontan sagen, ja. So, jetzt muss ich gerade gucken. Kann ich die Kiste schon aktivieren? Kann ich die Kiste da aktivieren? Weil ich habe ja, bin ja da drüber gewesen, oder nicht? Ja. Ja, natürlich! Ja, wie geil ist das denn? Aber es muss der richtige Weg eigentlich sein. Oh, ich glaube, das war, ist so, ja. Geh weg. Geh noch nicht über Salzsport, um in Schwung zu kommen. Ouch! Was? So, geh weg. Ha! Aber ich habe sie zumindest. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da... Ich kümmere mich jetzt mal nicht um den Typen. Ich ignoriere den jetzt mehr oder weniger mal. Aus zu fassen, dass ich Spongebob's Unterhose trage. Ouch! Okay, schon besser. So. Okay, wir... Müssen wir jetzt mal ins Inke gehen, oder was? Was ist denn? Habe ich den Checkpoint über uns aktiviert, dass ich hier vielleicht mal angesetzen kann? Weil ich glaube, aber es müsste... Ja, ja, es ist der richtige Weg, keine Sorge. Was ist denn? Was ist denn so toll, daran leise zu sagen? Tschüss. Ich müsste ein bisschen schneller aktivieren. Was? 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 Wieso hast du das Scheißding neu gespawnt? Ja, es ist ein Checkpoint über uns aktiviert. Warte mal. Eine Erfrüchung. Also zumindest hier ist so ein Checkpoint eingesetzt. So, jetzt ist der zumindest mal Geschichte. Kann ich jetzt nämlich mal mitnehmen? Ein Ungeziefer weniger! Achtung! Ein Handchen im Anschlug! So, bloß wird das wieder neu gespawnt. Nee, ist auch nicht. Nur seine komischen... Ich würde gerne das Level heute nochmal fertig kriegen irgendwie. Das wäre doch total, total, total toll hier! Oh nein, ich stelle mich ja teilweise mal so ein bisschen... Äh, doof halt. Geschichter? Ach, Glück gehabt! Lefanne entwärmt der Nummer 30! Lass mich doch in Ruhe, du Mistvieh! Ich war am Ende des Levels! Na! Na! Ich lass dich nicht in Ruhe! Du darfst das Ganze nochmal machen! Ich war am Ende des fucking Levels! Das ist schon Ruhe! Aufzufassen, dass ich Spongebob's Unterhose trage! Ich war am Ende des fucking Levels! Das war einfach nur in Ruhe! Ich war am Ende des Levels! Ich war am Ende des Levels! Ich war der Schranke! Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen! du hast mich du hast mich doch nur was am ende des levels ich war der schranke und dann sagte das spiel du nicht spiel du hast mich manchmal ja natürlich natürlich nur weil ich das scheiß viel auch mitnehmen will das jetzt will ich ja ist das fies weg oder auch nicht lasst mich was willst du denn von mir ich bin doch wieder zurückgesprungen ich bin zurückgesprungen das darfst du nicht da muss ich dich töten was ich in ruhe Ja, das fählst du noch mal. Oh Gott, vergiss es. So, jetzt kann wenigstens nichts mehr hinterherkommen. So, Geschichte, Klappe jetzt. Mein Gott, ey, was für ein Tag dieses Ding war. Aber wir haben es am Ende dann doch irgendwie hingekriegt. Wie auch immer, wir haben es hingekriegt. Will ich mich schon mitnehmen, kurz. Haben wir noch eine frische Box? Ja, du kannst mich mal am Ohr abschlecken. Wir haben alle Bilder, wir haben alles hingekriegt. Und wir müssen zu Hinschaffern und Walkback haben. Und wir sind endlich, glaube ich, mehr oder weniger jetzt durch mit dem Level. Das ist so einer langen Zeit. Ich glaube, sechs Folgen haben wir jetzt gemacht, oder? Vergiss es. Ja, das ist das Ende. Das ist Spongebob und ich habe nie. Oh, ich habe gestern, dass wir nicht aufs Handy gemesselt haben, sondern aufs Spongebob. Ich wollte jetzt rüberfliegen. Egal, alles gut, wir haben sie gekriegt. Ja, 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 ja. Klappe jetzt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwanz. So, jetzt muss ich gerade gucken, überlegen, wie ich da rüberkomme. Ah. Ist das so schön, dass... Komm ich da rüber so? Kann ich da jetzt einfach mal... Nee, kann ich nicht weiter mal. Hallo, ich bin wieder da. Ah, jetzt schalte ich an dem letzten Hürde. Ich sehe das Ziel doch schon vor Augen. Ich sehe das Scheiß-Ziel doch schon vor Augen. So, ganz schön. Oh, Gott sei Dank. Gut gemacht, Spongebob. Das Museum kann jetzt endlich wieder eröffnet werden. Und hier ist deine Belohnung. Wir haben es geschafft, liebe Leute. So, jetzt hole ich mir den komischen... Keine Sorge, ich hole mir den Typen doch. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Jedenfalls haben wir das Ding erledigt. Ich kann mal gucken, ob ich da hochkomme. Ja. Ich will mir nur ganz kurz schnell auch die Blümchen mitnehmen, die letzten. Und dann machen wir uns zurück nach Bikini-Bottom. Wir sind mit Rock-Bottom heute nicht fertig geworden. Und in der nächsten Episode, ab der nächsten Episode geht es dann weiter mit Sandy Mountain, wenn ich die Dings habe. Ja, das ist die große Frage. 31, habe ich das richtig gesehen? Ja, 31. Das heißt, wir können hier Sandy Mountain freischalten. Wir wollen gleich, ich würde gerne zurück... Nee, 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 das machen wir nicht jetzt. Hallo, hier, äh, Spiel, äh, zurück. Der Sandberg. Meeres-Kateos, bin ich froh, dass du hier bist. Ja, ich möchte gerne das Ding zu Ende machen. Oder nicht, dass wir jetzt nicht zurück... Wir gehen zurück zu Bikini-Bottom. Ich will mich hier in die Hände machen für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, äh, dann mit Spongebob Bikini-Bottom und so. Ne? Kamp von Bikini-Bottom. Kamp von Bikini-Bottom. So ist es richtig. Kann ich da rein, irgendwie? War so den Ball gerade? Nee, eigentlich ist es noch... Doch, könnte man. Aber okay. Wir sehen uns trotzdem in der nächsten Episode wieder. Und dann freue ich mich wieder, wenn er dann nach Sandy Mountain unsicher machen. Bis dahin und ciao. Ja, tut mir leid für meine kleine... Ab zwischendurch mal aus... Kleinen Ausrester. Und dann hat man dann... Ich glaube, ich habe das Volle zu dem Willen. Genau. Und dann haben wir noch den fliegenden Holländer. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. Mit dem Spiel. Weil alles andere haben wir ja. Gut. Darum kümmern wir uns dann. Wie gesagt, in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.